ja die Brita ist da aber sie ist sehr gut verpackt ich bringe sie hier nicht auf aber von der Verpackung her erinnert mich das an ESU die haben auch so einen Plastik wo die lockt drauf ist das ist die Ursprungsversion und das ist die Umbauversion ja aber mal schauen dass ich die hier rausbringe naja wenn man sich jetzt die Details anschaut einfach klasse wirklich ein Topmodell aber wie sie funktioniert werde ich später ausprobieren sehr schön eben die Ursprungsversion und dahinter die Umbauversion so so Untertitelung des ZDF, 2020